hallo ihr lieben und willkommen zurück auf meinem channel war eine zeitlang habe ganz schön pause gemacht und dann nur so ein paar start you valley videos hinterher geschoben aber jetzt bin ich wieder da mit wie angekündigt einem neuen anständigen rechner das heißt ich kann jetzt zocken und aufnehmen ohne dass ich ständig sorgen haben muss dass mein laptop durchglüht dabei wie das in der vergangenheit leider immer so war also das sollten wir feiern indem wir gleich mal einen stream machen heute also ich mache den stream und ich hoffe ihr guckt zu ihr wisst schon was ich meine und zwar anfangen werde ich um jetzt haben wir gerade so viertel vor zwei sagen wir um 14 uhr geht es los ich pack euch natürlich wie immer einen link zum stream in die beschreibung und kleine vorwarnung das ist der erste stream auf dem neuen rechner wenn irgendwas schief geht kann das passieren aber ich denke es sollte alles laufen wir sehen uns hoffentlich um 14 uhr auf twitch.tv slash das flip bis gleich